Willkommen in einer weiteren titanischen Schlacht, beziehungsweise bei den drei Türmen. Ich bin der Patrick und mit mir dabei, der Dullfly und der Razzonne. Jo, hallo, meldet sich zum Dienst. Jawoll, Sir. Übrigens, Titanfall spielen wir, falls ich das nicht habe. Wer hätte das gedacht? Ich wollte so. Da sind die Aliens. Gut, kann er laufen. Habe ich auch. Jetzt haben es alle gecheckt. Ach, das ist ja, ich dachte, wir werden jetzt irgendwo hingeworbt oder so. Ich habe übrigens jetzt ein cooles Add-on. Jetzt höre ich einen Piepen, sobald ein Feind in der Nähe ist. Ja, das habe ich auch, aber nicht aktiviert. Geil, ne? Ich bin mal gespannt, ob das gut ist oder nicht. Da piept das die Anzeite. Fuck, das ist schon ein feindlicher Seifen hier, ey. Alter, das ist ein Titan. Ach was. Super. Direkt los, scheiße. Ich schmeiß mir da ein paar Pinser rein. Ist das hier im Materialschlag? Ja, im Materialschlag. Gibt es keine Punkte. Okay. Kannst du rauslassen. Außer. Für das Piepen, nicht alles anderes zu laut. Alter. Wow. Das exploitet einen. Nein, 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 Titan. Das wäre so. Der ist tot. Boah. Alter. Ich trau mich nicht näher ran. Oh, nein, nein, nein. Oh, 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 nein. Das schießt dann rum. Ja, das schießt dann rum. Das knattert dann rum. Alp. Das klingt dann zu schatter, genau. Scheiß Schrot finden Assis immer hier, ey. Mann. Nein. Mein erster Tod, alter. Ach, scheiße. Das ist tot. Die Runde. Check es wieder. Mega fett. Ich hecke jetzt das. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Super. Schütz mich. Ach so. Danke. Gehört uns. Ja, super. Huch, wo bin ich mir reingesporen? Das war jetzt irgendwie losgeplant. Scheiße, ich habe da rüber laufen müssen. Ich bin komplett falsch hier. Alter, flutzt mich der andere kaputt. Flutzt. So, passt doch. Boah, schlau, hast du so einen Kollegen erledigt? Nein, ich bin mit dem. Wie komme ich da hin? Ich habe diese Piepel überhaupt nicht. Ach, man muss Headshots machen. Jaja, das geht besser. Das habe ich vorhin nicht gecheckt. Nein, also... Nein, oh, frei erledigt und der letzte macht mich kalt. Scheiße. Natürlich, war klar, dass du nicht tot bist. Habe ich aber mit gerechnet. Du hast es erwartet, quasi. Wo mein Titan? Ach so, der Titan ist ja bereits. Vorsicht, da landet was. Wo ist er denn jetzt? Hallo, wo ist er gelandet? Unten. Oh, da ist der Titan. Im Flug hat er mich gefangen. Geil. Oh, wie kommt der da hin? Alter. Also irgendwie habe ich das mit dem Titan noch nicht ganz raus. Weil ich überlieb da drin fünf Sekunden. So, und Titan ist... Aus dem Weg! Fertisch! Wer aus dem Weg, Ekel? Nein, hier, der Schattenkumpel im Weg. Ach so. Jetzt wird hier natürlich drei Titans bei mir. Wir haben doch einen Schatten, ey. Nee, ganz ehrlich, ey. Jetzt soll ich aussteigen. Stufe sechs, cool. So. Also, ich rutsch finde immer ein Megaspaß, ey. So. Ich zahre, Donner, gerade ein Titan hier. Oh, die Runde wird ja ein Megafail. Scheiße. Nicht geklappt. Ich bin unter der Karte. Ich bin mir die Karte gefallen. Auch geil. Das war einfach nur ein Roboter-Raisen. Hättest du mich erschießen müssen. Ja, ich weiß, aber macht trotzdem Spaß. Oh. Titan, weg hier. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Was ist mit dem hier eigentlich? Witz. Alter. Puh, hier geht es ja gar nicht weiter. Das ist ja lame. Lame. So, wo sind die? Ich will hier Gegner. Wo sind die denn alle? Die sind gerade auf Urlaubsreise. Es sind drei Titans in der Halle, ey. Ich gehe kaputt. Jagen mich, die Penner. Ja, das sind meine Leute. Da ist der Patrick irgendwo. Steht da in seiner Halle. Alter, erschreck mich nicht. Komm, ich gehe auf die Struff. Hallo. Da ist der Patrick. Ja. Warum trenne ich, dachte ich nicht. Jawoll. Alter, ich will Gegner. Wo seid ihr alle? Hier sind drei Titans in der Halle. Ja, das war bei mir eben auch. Jetzt sind sie bei mir. Alter, ich habe keine Chance, ey. Die Runde wurde nicht so prickelnd. Nee, auf keinen Fall. Auch wenn sie am Anfang super aussah. Wir verlieren Schlacht und haben schwere Verluste. Ich schreck mich nicht so, Raising. Dann ist voll auf mir aufgefallen. Das ist nicht meiner. Ich habe gar keinen momentan. Achso. Dann eben nicht. Dann hole ich jetzt meinen. Wo sind die Gegner? Oh Gott. Hör auf, bitte. Das war gut. Nein, das war totaler Rotz. Rotz? Oh toll, wir sind besiegt. Oh toll. Der Jäger arbeitet mit einem unbekannten Autofilo-Protokoll. Dann entschlüsseln Sie hier, Speigler. Die Jäger attackieren den Hauptturm. Wie komme ich da hin? Alter. Fuck, ach ich muss die Anlöger richten. Was machen wir denn keiner? Nein, 60 Sekunden. Wächter, bloß nicht runtergesprungen. Scheiße. Nein, noch 7 Sekunden. Das muss ich schaffen. Müssen wir das abschießen, das Schiff, oder was? Nein, da müssen wir hin. So, ich bin drin. Guck doch mal, was oben steht. Ich bin drin. Ich bin nicht drin. Ich bin nicht drin. Ich bin hier außerhalb. Ich habe voll verplant. Aber ich habe überlegt, dass du auch. Nein. Yo, ich bin drin. Cool. Das ist viel passiert. Das habe ich noch nie geschafft. 15 Jahre in dieser Uniform trugen. Geil. Warum fliegt ihr denn weg? Haben Sie bei der IMC wirklich etwas bewirkt, Markus? Oder sind Sie einfach nur in der Firma aufgegangen? Oh, jetzt ist gar keine Ausnahme. Ich bin hier nur Blut vergisst. Mano. Scheiße. Dritter. Jo, Racer und Zweiter. Juhu, letzter. Alter. Ach, Alter. Wir sind so die Loser-Bitches ever. Wir sind die Biddy-Bitches. Ernsthaft, ey. Gott. Herrlich. Was gibt es denn schönes? Ja, es gibt eh kein Level ab jetzt. Nee, ich bin jetzt aber ganz knapp vor 16. Doch ein bisschen. Und Level 16. Und Fly, wo bist du? Welches Level jetzt aktuell? Ähm, ähm, ähm. Ich bin, äh, 16. Cool, ich hab ne neue. Ach so, okay. Dann bin ich, ich hol dich noch einen. Arsch. Ich bin jetzt kurz vor 16. Ganz kurz. Hier spricht Ihr kommandierender Offizier Vice Admiral Graves. Hallo. Die Tonskapazität bei der X-016? Nein, das interessiert mich aber nicht. Ich hab jetzt ne kompakte K-P. Ja, Sir. Sag mal still, der Boss. Ach, egal. Die Pussyker. Ne. Ich bin jetzt schon bereit. Ja. Ja, wir sind bereit, ne? Wir sind sowas von bereit, Alter. Ja, so breit kann man gar nicht mehr sein, ey. Weißt du, wir trinken ja vor jeder Aufnahme richtig harten Alkohol, ne? Damit wir immer bereit sind zum Zocken. Ja, genau. Also, wenn ich nüchtern bin, kann ich gar nicht zocken, ne? Deswegen, du kannst nur für Soffen gut spielen, oder? Ja. Richtig. Mit ner schönen, warmen Milch. Hä? Hä? Deswegen. Ich glaub, die Map kenn ich noch gar nicht. Ne, ich, äh, bekomm die auch gerade sehr unbekannt vor. Ich kenn überhaupt nix. Das ist ein Industrieding. AP-042 ist das. Ja. Okay. Ja. Steht oben, also egal. Ne. Hardpoint. 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 Die Schlacht von Demeter. Fünf Euro, dass wir verlieren. Ne. Ich wollt' Geld geben, Mann. Wo ist denn der Demeter? Der hat Demenz. Geil. Der hat jeden Tag fremde Leute kennen, ne? Ich will auch fliegen mit dem Titan. Ja, ne? Geil, sieht das Hammer aus. Guckt euch mal um. Achso, wir müssen da rein. Hallo. Oh, kuschelig. Ja, wie geht's euch? Der Darkpoint. Wie kann ich denn hier bei eigener Pilot meine Waffe auswählen? Oh, geil. Ach, egal. Ich war halt dem. Fertig. Der Terrorizer verpasst die ganze, äh, äh. Ja, er verpasst die Zwischensequenz. Ja, aber wir waren doch schon mal in all... Das doch, das kennen wir doch. Quatsch. Machen wir doch jeden Tag. Ich fahr da jeden Tag zur Arbeit hin. Ja, ja. Immer mit der Raketenstelle, ne? Bäm. So, los geht's. Action. Ähm, A. A wie Arsch. Da steht ja, also ein Spektr. Oh, die schießen alle drauf. Ich auch. So. Zack. Gibt's. Okay, haben wir da. Alles da, weiter. Da ist schon ein Feind. Aufpassen, da ist schon ein Feind. Unter mir. Ist tot. Wenn das passiert, wird sie nicht mehr durch die Kettenreaktion verstört. Und die Eier... Das Fliegen ist so geil. Okay, lass uns zu B gehen. Richtig. Genau, Patrick richtig. Wir können schon hier Gedanken lösen, oder was wir nicht können. Korrekt. Vor allem in der Shotgun, ey. Nein, ich darf die EEP genau auf mich selber drauf. Alter, bei B geht die EX schnapp. Ah, nicht zu wenig. Yeah, ich hab also alle umgenatzt hier mit der EEP-Granate. Oh, hier ist schon ein Titan. Ach du Scheiße. Trotzdem zu B. Trotzdem zu B. Ich bin hier mitten in B drin, ey. Ich bin praktisch eingedrungen drin, du Sau. Ich bin auch bei B. Ich bin mitten im Bumschrinnen. Ich bin mitten im Bumschrinnen. So, wir haben B. Wir haben B. Okay, ab zu C. Okay, kommen die Titans hier rein? Okay, ich werde voll geslashed. C, ne? Ja. Bin schon am Weg zu C. Rucksackladung, was war das denn bitte? Ich bin von der Rucksackladung zerfetzt worden. Ach, hat der mich ja gut gehalten. Scheiße. Zurück zu B. Zurück zu B, die nehmen B ein. Yo, bin noch am Weg. Ich nehm grad C ein, ganz ungemein. Ich find das voll fein. Ja, findest du? Alter. Ey, da kommen fünf Leute von uns und treffen nicht den einen Tüten, der mich abknallt, ne? Das ist gut. Wem wird der T... Ach, das ist ein fremder Tag. Ja, ich weiß. Einige Scheiße. Wollt's mich kaputt stampfen. Ich habe aber grad B mit dem Kollegen hier. Ich bin bei A wieder. So, wir haben B. Ich halt jetzt da. Ach, du auch? Ach, du kann... Alter, du Spacken. Hat der uns abgeknallt. War ein Titan. Scheiße. Ja, das ist so ein Titan. Dieser Partilote oder so heißt der. Wir haben schon dreimal tot gemacht. Oh, B wird wieder eingenommen. Scheiße. Ja, vielleicht sollen wir hierbleiben oder sollen wir mal hier... Ich bleib jetzt bei A. Wobei, hier ist ein Titan auch, ne? Vorsicht, am Fenster ist immer ein Titan. Das ist der Fenster-Titan. Oh, Titan. Ach, bitte. Jawoll, ich habe ihn... Ich habe ihn gedingst. Gedingst? Okay. Er ist down. Jawoll. Ich halte den Rücken frei. Alter. Das war für Rücken frei. Ich weiß nicht, woher. Keine Ahnung. Ich bin hier rein. Ich bin auch noch bei A. Naja, es ist doch gut so. Ich bin auch da. Bin ich sicher gerade B. Und ich bin hier ganz alleine. Scheiße. Vorsicht, draußen ist wieder Titan. Schon wieder? Ah, der wird mir gar nicht angezeigt. Der geht aber hinten rum, ne? Achtung, hier ist einer. Bei A. Dieser Patriot, ja, ja, ja. Hat mich schon zweimal kaputt gemacht, der Penner. Dieser Patriot, kommt vom Dach. Kommt vom Dach. Ja, ich bin hier ganz weit von A weg. Äh, ich gehe mal nach C. Ich beschütze jetzt B, aber ich könnte Hilfe brauchen, wenn einer von euch zu B will. Die nehmen gerade A ein. Da gehe ich zurück. Ich komme zurück. Ich spawne jetzt hinter dir mit dem Titan. Äh, mit dem Titan. Und dann gehe ich zu A zurück. Achtung, oben, ja. Bei mir auch, bei mir, bei mir auch oben. Okay, ich habe B. Warte, 1. 0. Ich bin... Ich... Hä? Nein. Ah, doch, du bist du richtig. Ich gehe zu A zurück, ey. Nein. Oh, mit der Shotgun, du kleiner Spassier. Komm dir hinterher. Ich komme dir hinterher. Ach, scheiße. Ey, wie viele schießen denn schon auf mich? Ach, so ein Dreck. Wir verlieren alles. Ich muss raus. Ich muss raus, ey. Also, ich bin auf dem Weg zu B. Ich bin jetzt... Also, ich bin jetzt mit dem Titan hier. Ich werde wahrscheinlich lange überleben. Oh, hier ist doch ein Titan. Ja, ja. Fuck, bitch. Scheiße. Ich komme nicht rein. Scheiße. Die sind mit zwei Titans bei A. Pass auf, hinter dir, Patrick. Ja, ich gehe raus. Werd' wahrscheinlich nicht überleben hier, aber... Ah, it's easy, ey. Okay, war klar. Scheiße. Fuckin' die Kacke. Oh, Entschuldigung. Oh, mach mich. Ich hab dir in den Rücken geschossen, glaub ich. Ah, nee. Das ist komisch, der Robby. Ja, die B nehmen die gerade wieder ein. Ich bin immer zu B. Nee, ich folge dir. Nee, B haben wir eingenommen. Ja, ich hab B gerade eingenommen, ja. Ich bin abgekackt. Sehr schön. Sloth XD hat mich kaputt gemacht. B ist ja voll unübersichtlich, ne? Jetzt bist du auf Richtung B. Ich bin bei B. Alter, wer bummst denn hier die ganze Zeit? Scheiß Titan. Okay, wir brauchen A noch, ne? Ja. Scheiße, B wird angegriffen. Scheiß drauf. Ja, ich bin bei B. Da ist leider ein Titan. Ich seh es. Ich hol jetzt mein Titan. Scheiße, B wird tot. Mann, Mann, Mann. Ich geh zu C. Ich halte C jetzt. Ich bin bei B mit dem Titan. Ich geh jetzt zu A mit dem Titan. Hä? Alter. Ja, wir nehmen wieder B ein. Wir nehmen wieder B ein. Ich mach keine Scheiße. Ich mach keine Scheiße. B wird... Und... Ich muss kein Glück haben. Oh, ich bin schon für sieben worden. Ich bin tot. Oh, ich bin gestorben. Hat der wohl sich bei der Penner. Ah. Scheiße. Ach. Patrick, du bist direkt vor meiner Nase gerade gespawnt. Vor mir ist ein Titan auch. Echt? Wo bist du denn? Ach, da. Ich stand in der Wand und ihr spawnt beide vor mir. So. Titanimus. Meiner kommt auch. Ja. Ja, warte, ich komm mit. Du wirst mir unweigerlich verdampfen. Mein Titan hat, glaube ich, gerade so'n Roboter-Smash beim Landen. So, ich bin hinter dir. Ja, okay, komm. Auf in den Kampf. Wohin denn? B? Nee. Ah, keine Ahnung. Lass mal B nehmen. Ja, B ist aber... Sind aber sau viele jetzt gerade. Ja, jetzt auch ein Titan ist das Problem. Ja. Nicht mehr lange. Alter, wo sind denn die bitte alle? Mac-Alan, stelle ihn durch. Geh mal zu B. Pass auf, wenn der Blitz, wenn der Blitz, musst du weg... Fark. Voll reingehörig. Wenn ein gegnerischer Titan so mega hell wird, bloß weg, dann macht der Atomexplosiv. Okay, ich bin auf Weg zu A. Ich bin jetzt bei C. B wird wieder abgezogen. Ah, ist am Abziehen. B wird, gehört uns. Ja, ja, ich bin ja bei B. Wo ist denn A? Ach, scheiße. Hallo, ich bin auch hier. Was hab ich... Ach, du bist auch hier. Boah, du Kackei. Kann ich jetzt Kamerad so eine Warnung? Achtung, Sie haben einen Co-Piloten an Bord oder sowas. Wo ist denn hier einer? Hilfe! Hier, abgeschlossene Herausforderung. Geile Scheiße. Boah, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du so Co-Piloten stehst. Warum stirbt der nicht? Also, ich hol mir gerade C. Aber ich brauch hier Hilfe. Ganz alleine. Scheiße. Ist noch einer, ne? Ne, doch nicht. Achtung! Ja, was denn? Wir kommen hier rein mit zwei Titans. Wir haben ausgeschissen. Raus, ich muss raus. Schluss, ich muss raus. Fuck, hier sind drei Titans. Vergiss es. Drei, drei gegnerische Titans. Ich hau ab. Aber dafür jetzt zu den anderen Punkten. Zu C, schnell zu C. Ja. Oh, Entschuldigung. Ey, wie viele Titans haben die denn gerade? Die sprechen sich doch ab. Das sind gerade alle Titans von denen. Aktiv. Och, och, och. Ich bin bei C. Ich auch. Ich bin bei C. Hallo, Patron. Mal Spaß, die umzünden. So, wir holen einfach C jetzt. Ja. Bäm. Jep. Sie können nichts tun. Steigen Sie ins Schiff und hauen Sie an. Hab einen. Boah, denn die Titans kommen in Richtung C unsere, ne? Also nicht unsere sein. Die Gegnerische kommen jetzt Richtung zu uns. Ja, die sprechen sich definitiv ab mit den Titans, ja. Ja, auf jeden Fall. Die waren gerade alle im Titans drin. Definitiv. Achtung bei uns. Ja, ich bin schon da. Ich geh mal gerade unsichtbar. Also unsichtbar sind wir noch am sichersten. Ich mach jetzt Titan. Ich geh mal gerade unsichtbar. Ich mach jetzt Titan. Titan, ich löse. Ich versuche, Charlie zu halten. Ja, ich bin nicht eigentlich bei dir. Ich bin mal da gucken. Ich kann... Ja, ich gehe außen hoch. Ja, bei C ist eh keiner bei Charlie. Alter, wie kommt denn hier bei Charlie? Ich bin bei Titan bei Bravo rein. Alter. Scheiße. Ey, drei Titans, da hast du keine Chance gegen. Scheiße. Ich find ja blöd, wenn man sich abspricht und so spielt. Achtung, hier sind zwei Titans draußen. Pass auf, Patrick. Raisin auch. Ja, ich bin bei Patrick, da find ich mich sicher. Der schießt hier rein, der Titan, der Arsch. Oh, Titan weg hier. Ich fuhr gerade meins. Titan weg hier, Alter, weg hier. Okay, das war... Die sind gerade alle um uns herum. Ja, das war eine scheiß Idee. Scheiße. Ja, wenn die alle da sind, dann geh ich zum anderen. Punkt an den Anfang. Ah, nee, ist klar. Hier, wo ich spawne, wo ich spawne, sind direkt zwei Titans gegnerische. Drei. Drei. Okay, super. Ja, 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 fantastisch. Ich bin gerade bei B. Ich muss sich gerade in Sicherheit bringen. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll, ey. Ah, das ist schon der Titan, Alter. Die haben alle Punkte, ne? Die haben alle Punkte. Ja, weil die bei jedem Punkt und Titan stehen, ey. Diese Penner. Ja, kannst dich nicht mehr reißen jetzt. Ne. Boah, ich versuche jetzt hier einen noch abzuschließen. Scheiße, hab ich einen getroffen? Ne, hab ich nicht. Verdammt nochmal. Oh, ich bin gerade ganz alleine bei C. Das ist nicht geil. Echt? Hier ist kein Arsch. Nein. Nein, ich hätte C noch kriegen müssen. Scheiße. Er sagt, der nicht. Wir holen euch raus. Ja, wir haben wieder die Tour nach Hause. Ach so, ich... Müssen müssen wir ja noch. Allein, das hab ich doch nie mehr. Wo ist der denn? Weiß ich auch nicht. Ich hab mich nie im Leben, Alter. Wo ist der denn? Ich sterb natürlich. Das ist auch so ein verdammter, schöner, super niedlicher Tag. Ah, Fly, guck mal. Alter, ich krieg überhaupt nichts von dieser Story da mit, die er erzählt wird. Ja. Zeit, du kommst nicht hier rein, du Penner. So wie mir. Er denkt wirklich, er kann sie überzeugen, Sir. Der kommt doch hier rein, der Penner. Scheiße. Wir haben es wieder ab, dein Freund. Nehmen Sie das Schiff. Alter, direkt in der EMP-Granate gespawnt. Ja, ich auch. Tod. What the fuck? Alles weiß. Weißbild. Das ist der Tod. Weißdruck. Wir sind gestorben. Im Grenzland wurde heute der IMC-Hafen Dimitar von Rebellen der Miliz-Affektion. Nein. Die Rechte sind unklar. Scheiße. Ist das schön. Wir haben die Welt mal wieder im Stich gelassen. Während der Gefechte schwer beschädigt wurden. Unter den zahlreichen... Sie haben uns von den Kernsystemen abgeschnitten. Was? Wir sitzen auf der falschen Seite fest, Sir. Bitte? Ja, das stimmt. Bitte? Erster. Nee. Zweiter. Ja, guck mal. Meine Verteidigungspunkte. Ja, die sind übelst hoch. Ja... Ja. Äh... Super. Bis zur nächsten Folge würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.